Musik Ich gehe linksrum zur Haustür raus und bin am Niederrhein und habe Natur pur. Ich gehe rechtsrum raus und bin in der Metropole Ruhr und Halligalli. Ich kann alles auf einmal haben, das ist eben das Schöne. Das Potenzial in Dienstlaken, was Kunst und Kultur angeht, ist unglaublich groß. Also es ist wirklich echt erstaunlich, wenn man so ein bisschen hinter die Fassade schaut und sieht, wie viel Movement hier ist, wie viel Power hier ist. Ist das für eine Stadt mit 67.000 Einwohnern, glaube ich, aktuell unglaublich kompakt, intensiv und ein wahnsinniges Potenzial. Das Jugendparlament ist für die Stadt Dienstlaken wichtig, weil es jungen Menschen die Möglichkeit gibt, sich einzubringen. Die Projekte sind nicht so, dass wir in der Politik ein bisschen helfen dürfen, sondern wir dürfen eigene Sachen auf die Beine stellen. Ich glaube, das ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, dass Menschen mit Einschränkungen einen Platz finden. Dass das Thema, jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit und Teilhabe am Arbeitsleben machen zu können. Und wir kommen dem nach, weil wir einfach schauen, dass das Thema Inklusion und Arbeit verknüpft wird miteinander. Das Fantastival ist ein Kulturfestival, das findet einmal im Jahr hier im Sommer statt. Beim Fantastival sind im Jahr so ungefähr 12.000 bis 17.000 Besucher hier. Wir haben so ungefähr 70 Leute, die hier wirklich ehrenamtlich jedes Jahr mit ganz viel Herzblut dabei sind. Und das ist einfach eine ganz, ganz tolle Sache. Für mich ist das Ruhrgebiet eine große Stadt. Und wenn man sich das R40 anguckt, das ist einfach der Roperth Highway. Ich bin einer von 5 Millionen. Ich bin eine von 5 Millionen. Ich bin einer von 5 Millionen.